Was müssen wir jetzt tun? Also deswegen nehmen wir jetzt erstmal Suchhilfe, bevor es dunkel wird, weil jeder normale Mensch würde nicht warten, bevor die Sonne untergeht. Genau, weil kannst du besser sehen im Hellen als im Dunkeln. Natürlich nicht. Da haben die Zombies einen Vorteil. Ich glaube Clementine war vorhin auf dem Berg, wa? Ja. Er hat dieselben Konturen, ja. Genau. Die hat was Detail-Süßes an. Jetzt müssen wir uns umkommen. Oh nee. Wo rennt sie denn hin? Wir rennen einfach hinterher. Ein Rennen vor allem. Wir sprinten. Sprinten ist auch gut, ja. Also wenn ich jetzt nochmal richtig überlegt habe, wenn man das Telefonat verfolgt hat, leider ist es ja alles auf Englisch. Es gibt leider nichts auf Deutsch, nur der Untertitel ist Deutsch. Also nicht sagen, warum ich will das jetzt auf Englisch, ich kann ihn gar nicht lesen. Tut's uns leid. Ich kann auch nicht lesen. Ich spiele ich trotzdem. Das stimmt eigentlich nicht. Oh. Nein, und da wollte ich dann eigentlich, was soll ich denn noch sagen? Ich weiß es nicht. Clementine rand aber vor dir weg. Zum Mülltonnen. Siehst du dich lieber mit der Mülltonne zusammen als mit dir? Ich merke schon. Was wollte ich jetzt an der Zeit total vergessen? Ach so, wegen der Uhrzeit ging es ja. Hey, da sind Menschen, hallo. Wegen der Uhrzeit, so. Es muss schon einen Tag vorher angefangen haben, in Saverna. Ja, natürlich. Ich dachte eigentlich immer in Atlanta, aber jetzt soll ich nochmal sehen, muss es ja Saverna gewesen sein. Es kann doch irgendwo anders noch als erstes passiert sein. Ich werde dich nicht sagen. Ich werde dich nicht allein verlassen. Well, let's go somewhere safe, that's close, okay? That's a good idea. Auf jeden Fall. Ja. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Ja. Ich dachte für einen Moment, du und der kleine Junge, wir beide geben uns den Schumpen. Was machst du? Was ist los? Wir suchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Clementine. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. Hey, Mann. Hey, Mann. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? Hi. The monster's coming. We gotta go. Mensch. Lee, quick. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Für nur ein paar Leute? Es scheint, du hast heute ein paar Leben geschehen. Es ist besser aufs Land, in der Stadt ist nicht sicher. Es war ein Vorort und der Arbeit ist nicht sicher. Es ist trotzdem ordentlich, wenn die Menschen machen. Ich habe doch nicht am Potsdamer Platz. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Ich glaube, der ist auch so ein... Ja, die Rasten da, wo er war. So sieht das aus, als wäre der dicker Typ da. Thank God, you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So, it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. Lee, I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. Wow, the little Clemente have been looking at it. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. The greens. All right then. The green greens. The greens are green. Guck mal, da oben rechts habt ihr gerade auch schon andere... It smells like... Weißt du? Weißt du? I know what it smells like. Duty. Ah, ah. Duty. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I don't know. I don't know. Now they're not there anymore. I love you, baby. I don't know. Do you know? Hey, get up. Hey, hallo, wer bist du denn? I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad. Babesly. I'm Kenny. Dad, we're gonna go off fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. They call him Duck, though. Duck? Yeah. Nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. Enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I wanna build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. You have such pretty hair. It gets lots of tingles. Tigera hat immer durcheinander. Uh, vor allem wenn man, uh, auf so einer, uh, bei so einer Apokalypse ist, dann muss man nicht lügen. Notlügen gibt's aber doch nicht, wenn man überleben möchte, denke ich mir mal. Hey there, uh, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nah, nah, no, no kids. Would've liked one, then. You know. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Kaccha wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. How's your son doing? Good, I think. Kaccha's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Nothing gonna faze us. See you. I want to say, we're going to learn a lot about Lees' past, let's say. Why he sat there just in the car and at all. Möcke. Ja. Ja. Und... Warum bist du so nah dran? Ja, geh mal zu den Mädels. Ja. Oder was haben wir machen? Erstmal vielleicht eine Aufnahmepause? Ja, können wir auch machen. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Stelle, um eine Aufnahmepause zu machen. Noch mit denen reden und dann... Sieht da total idyllisch aus. Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da ein Zombie-Apocalypse ist. Ach, mit der Musik. Was du nicht sagst. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past three days. It's peaceful here, no? Wie war das in der Stadt? Wie war das in der Stadt? Wie war das in der Stadt? Kenny hat es nur gefahren. Wir haben so viele Leute, die brauchen Hilfe. Und wir haben nur Leute, über die Leute. Wir haben nur... Wir haben nur... Wir haben nur... Es ist okay. Es ist okay. Wir haben nicht mehr gesagt. Wir haben nicht mehr gesagt. Ich will nach Hause morgen. Aber dann kann ich nicht wegnehmen, die Dinge, die wir... Die Dinge, Doc, durchführen. Nichts, dass du zurückkehrenst, den Moment, bevor du all das wusstest? Jeder, in der richtigen Meinung nach würde. Familie, barbequen und Bier mit guten Freundinnen. All of those Dinge. Das sind die Dinge, die wir leben für, richtig? Mit dem weg, was die Punkt? Könnte ich jetzt auch drehen. Eins an der Luft. Ja, und wir sind auch bald dann wieder da, ne? Ja. In der nächsten Folge dann. Wir müssen erstmal den Schock des Anfangs verarbeiten und erstmal den Spannungsbier trinken. Oh ja, Bierchen. Also, Prost, Leute. Vielleicht trinkt ihr auch gleich noch ein Bierchen, weil ihr euch jetzt drauf verdurstet habt. Ja. Man sieht sich bei der nächsten Aufnahme. Ja, genau. Bis dahin. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.